Ich kann mich noch erinnern, 2005 für Helsinki Weltmeisterschaft. Da ist er Weltmeister geworden. 410 Kilo in der Kniebeuge, 230 Kilo im Bankdrücken und irgendwas bei 330 Kilo oder so hat er da gezogen. Auf alle Fälle fast 1000 Kilo im Dreikampf hat er gemacht. Ja, jetzt macht er mit, nachdem er die ganze Zeit Scheiben gesteckt hat. Christian Poppel hier aus Saarbrücken. Leute, 320 Kilo! Erster Versuch. Ja, der Weltmeister von 2005, gut in Form, 320, war ich schnell, nix hochgehoben hier.